Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. So, letzte Runde, Fünftrohr, Aufgabe erledigt, nice, nice. Ich habe 10 Sternchen. Das gefällt mir nicht so, nee, das muss nicht sein. Omni-Schwert, Hammer alles, Hammer alles, sehr schön. Battle Pass, Hammer. Hier haben wir alles und das nö. Ja, ich spiele wieder mit diesem wunderschönen Skin. Der gefällt mir einfach irgendwie. Der hat was an sich. Genauso wie der männliche Skin, genauso wie Eivor oder mein selbst erstellter Skin aus Season 10, Kapitel 1 oder 2, weiß ich nicht, wo man sich so seinen Skin selber zusammen mixen konnte, der dann nach Ablauf des Season Pass so geblieben ist. Das war mit Deadpool und so weiter. Ich glaube, das war letzte Season oder letzte Kapitel. Keine Ahnung. Was sagten mein Ordner? Ja, Kapitel 2 müsste es gewesen sein. Der Skin ist auch Baba, der gefällt mir. Ein selbst erstellter Skin. Geil, geil. Sowas könnten sie öfters mal einfügen in Fortnite. Und ja. Na komm, wir ruhen uns mal eine Runde aus, bevor es losgeht hier. Ach. Wir machen die denn da. Ich hab doch hier abgelatscht. Wo ist denn das? Hier. Man könnte es wirklich falsch verstehen. Wo springe ich raus? Wo lande ich? Wo sterbe ich? Toll. Ähm. Ich weiß es einfach nicht. Ich trinke das mit dem Schuh Kaffee. Jetzt alles, wie man gehört hat. Papa Aik hat die Tasse weggestellt. Ähm. Einfach mal dahinter gehen. Irgendwo dahinter so in die Richtung. Da hat man jetzt bis jetzt übergelegt. Meine Güte. Das ist eindeutig zu früh. Das ist noch zu früh für mich, normalerweise um die Zeit penne ich eigentlich. Um die Zeit schläft der Ike eigentlich. Okay, du wirst da hinten einen versteckten Raum zugute machen. Ja, nee, brauch ich nicht. Ah, fucking Lichtschwert, ernsthaft? Oh, nö, nicht schon wieder diese Waffe. Jetzt habe ich das Kind wieder aufgesammelt. Diese Waffe ist weitaus besser. Ne Schrotze wäre noch geil. Ne Schrotze wäre noch babamäßig. Wir sind einfach mal wieder in der Zone, nice. Ich müsste die Aufgabe mal verfolgen mit den Bäumen. Ja, mit dem Ding, das ist schön und gut, aber das sagt mir nicht wirklich zu. Die muss ich nicht unbedingt haben. Ich brauche die Tür oben. Eine Pistole. Nö. Ach komm, wie viel Pech muss man haben? Guck mal. Gold? Nö. Schaden. Alter, was ist denn das für eine Runde? Wie viel Pech habe ich denn keine ordentlichen Waffen? Vielleicht übrigSHACH. Wie viel Pech? Ach komm, das kannst du doch keinem erzählen. Was ist denn hier los? Ich würde einfach nur eine Schrotze haben, eine gute. Ich würde sogar die blaue MP dafür liegen lassen. Schon wieder eine MP. Ey, das kannst du jetzt keinem erzählen. Das ist doch pure Absicht. Die mobben mich doch gerade. Und der Tanke wird gefightet. Das heißt, hier war schon jemand. Bis dieses Mal gar nichts. Alles klar. Oh, da hinten habe ich den Heil gerade gesehen. Ach komm. Endlich mal ein was Gutes, ey. Tank ist auch ungelootet. Lol. Ja, nee. fucking Lichtschwert, ernsthaft? Alter, was ist denn hier los? Haltes Munizieren. Ah scheuch. Okay. Was ist das? Meine Fräse war das Hallo Wow Wir fehlen gerade die Worte, sorry Eifer 5, Kids Boah, geil Weh 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 Fühlt Alter, was ist denn hier gerade los? Was geschieht gerade mit mir, ich habe sechs Kills gemacht, das ist, äh, äh, hell, sorry aber ich bin gerade total sprachlos, äh, äh, sehr gut bin ich sonst nie, wobei doch, mit meinen Kindern und Darko zusammen haben wir eine Runde gemacht, da hatte ich sieben oder acht Kills, das fand ich, äh, ja, auch richtig nice, da habe ich mich über Happy gefreut, nur leider passiert sowas immer, wenn ich die Aufnahme nicht anhabe, ich denke mal den Raketenwerfer kann ich weglassen hier, dann nehme ich lieber ein paar Heilsachen mit, Ey, ich wollte schon sagen, ich kriege hier wieder scheiß MP Wenn ich jetzt ein bisschen ruhig bin, äh, ich entschuldige mich dafür, aber ich bin ja, äh, und so noch, ein bisschen auf Konzentration aus gerade, Oh mein Gott Gwit, 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 gwit Ach, geh mal weg, du scheiß Bild Ach, geh mal weg, du scheiß Bild Da hinten ist einer Der rennt jetzt in diese Richtung Werde ich jetzt eh nicht mehr überleben, ich werde jetzt definitiv sterben Ja, mein Versuch ist es wert Ich werde jetzt nur Spaß beim Spielen haben Auch wenn ich mich gerne mal konzentriere und auch richtig schön ausraste beim Gewinnen Und wenn es unverdiente Deaths sind tatsächlich, also Tode Jaaa, dann kann es schon mal passieren, dass ich sogar ausraste Die musste ich einmal nochmal mitnehmen Da hinten wird gefaltet Okay Da hat sich jemand den Airdrop gegönnt Ja 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 Scheiße Was soll ich sagen? Noah sicher bringt es einfach immer unter die Top Ten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video, bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.